Ich liebe es hier zu arbeiten, weil das Team unfassbar toll ist und die hochmoderne Technik uns viel erleichtert. Mir gefällt im Zentrallager das abwechslungsreiche Arbeiten, dass man einfach mal in der Kommissionierung arbeitet, die anderen Tage im Wareneingang oder im Warenausgang. Jeder Tag ist anders. Ich arbeite gerne hier, weil wir noch ziemlich am Anfang stehen und ich kann jeden Tag was dazu lernen und das motiviert mich. Untertitelung des ZDF, 2020